Ich freue mich so auf den Park. Ja, komm, wir gehen. Mama, wo geht es da hin? Keine Ahnung, ich muss kurz lesen. Oh mein Gott, cool, wir haben einen Lift genommen. Das habe ich gar nicht so richtig gemerkt. Ja, ich auch nicht. Oh, was erwartet uns denn hier? Oder müssen wir uns wohl durchkämpfen? Oh, oh, und so beginnt es. Ah, Papa, hilf mir, ich stecke fest. Ja, ich komme schon. Oh, Mama, das ist sehr schwierig. Ja, ich probiere es auch. Was haben wir jetzt? Nur noch da drüber. Oh, schaut mal dieser tolle Park an. Und dieses Riesenrad, wie cool. Können wir da drauf? Ja, ich frage kurz Papa. Michael, kommst du auch aufs Riesenrad, die Kinder wollen? Okay, ich komme. Das hat ja viele Leute. Jetzt müssen wir wirklich anstehen. Wer möchte ein Los ziehen, der kann vordrängeln. Wer möchte ein Los ziehen, der kann vordrängeln. Hallo, wir möchten gerne ein Los nehmen. Ist das gratis? Ja, das ist gratis. Okay, dann nehmen wir eins. Oh, da steht, sie haben das Ticket gewonnen. Sie dürfen jetzt vordrängeln. Ähm, wir haben das Ticket gewonnen. Oh, super, sie dürfen gerade vordrängeln. Also, welche Farbe möchtet ihr? Hm. Ich nehme das Blaue am liebsten. Ich auch. Okay, wir nehmen das Blaue. Okay, jetzt dürft ihr einsteigen. Juppie. Okay, sind sie bereit? Ja, wir sind bereit. Dann mal los. Juhu. Oh, Gott, ja, wir sind hoch. Mama, gefällt es dir nicht? Doch, doch, es ist schon gut. Juhu. Schon unten. Aber zum Glück noch einmal. Ja, noch mal. Juhu. Wo haltet es denn jetzt? Ein Foto. Och nein. Oh, jetzt sind wir wieder unten. Oh, noch mal. Ja. Juhu. Okay, jetzt genieße ich sie einmal noch. Oh, schade. Sind wir schon unten? Ja, leider. Ihr müsst schon aussteigen. Ach, schade. Hat euch die Fahrt gefallen? Ja, die war super. Ja, die war cool. Okay, dann noch viel Spaß. Tschüss. Michael, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Was möchtet ihr? Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Okay, dann gehen wir etwas essen und trinken. Ist gut? Ja. Hallo, hallo. Kommen Sie, kommen Sie. Mama, wo geht es da hin? Keine Ahnung. Wo geht es da hin? Kommen Sie einfach und schauen Sie. Oh ja, ich möchte schauen. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. Bleiben Sie hier und schauen Sie einfach zu. Okay, was passiert denn jetzt? Nichts, keine Sorge. Sie muss nur zuschauen und lachen. Okay, kostet das was? Nein, natürlich nicht. Das ist alles gratis. Okay, wir schauen. Riechen Sie nur an dieser wunderbaren Sonnenblume. Oh ja, das duftet ja lecker. Waaah. Waaah. Hilfe, ich bin ganz nass. Hilfe, wir sind ganz nass. Hihi. Wir geben euch ein Tuch. Ja, gerne. So eine Frechheit. Ja, das war schon frech. Kommt, ich putze euch. Also, seid ihr alle trocken? Ja, ich bin trocken. Ich auch, ich auch. Okay, super. Also, was machen wir als nächstes? Wir wollten doch etwas essen und trinken. Oh ja, stimmt. Ja, kommt, das machen wir. Mama, können wir eine Cola haben? Ja, ich kaufe euch eine Cola. Juppi, danke. Hallo, wir möchten gerne eine Cola und ein Stück Kuchen. Okay, ein kurzer Moment bitte. Eine Cola und ein Kuchenstück. Genau. Das macht zwei Franken. Okay, warten Sie kurz. Zwei Franken. Danke. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Wir setzen uns dahin. Wer möchte ein bisschen Kuchen? Ich, 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 ich. Okay, alle. Und Cola? Ich, 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 ich. Anna. Also, auch für alle. Also, dann haut mal rein und trinkt mal rein. Yummy. Was, der Kuchen ist schon weg? Ja. Und die Cola auch? Mhm. Also, sollten wir uns langsam nach Hause machen? Ja. Kommt, wir gehen. Okay. Ja. Mama, hier ist deine Rutsche. Michael, müssen wir da runterrutschen? Anscheinend schon, da steht ja Ausgang. Also, ich gehe vor. Dann komme ich. Also, dann mal los. Die Rutsche war super. Ja. Ja, das war cool. Wo geht es denn jetzt hin? Wir müssen springen. Ich habe es schon gelesen. Okay. Wer geht vor? Natürlich ich. Okay, Lena. Du darfst springen. Juhu. Und jetzt du. Yay. Ich auch. Juhu. Und jetzt noch ich. Waaah. Das ist ja weich. Ja, sehr. Oh, das ist ja ein Tresor. Das müssen wir wohl jetzt machen. Wir müssen wahrscheinlich der Code herausfinden. Ja, und wie schaffen wir das? Keine Ahnung. Kommt, wir schauen uns mal um. Habt ihr etwas gesehen? Nein. Da. Wo? Da. Ah ja, da steht 17. Das könnte der Code sein. Probier mal, Michael. Okay, ich probier. Oh, der Tresor ist offen. Ja, wir haben es geschafft. Was ist denn da drin? Oh, das sind ja Riesensüßigkeiten. Wie cool. Juhu. Yum, 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 yum. Wie lecker. Ja, super. Also, jetzt haben wir es auch geschafft. Also, wir sind jetzt schon beim Auto. Jetzt müssen wir nur noch kurz nach Hause fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.